Ja, äh, warte, ich hab hier ein Geschenk für dich. Für dich. Okay, warte kurz. So, 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 so. Melde das mal hier aus. So, schön. Zack, dann, ich, ich brate das gerade einfach mal ganz kurz. Ähm, was genau, das wollte ich noch. Zack, 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 zack. Ich mach mir gerade mal kurz zwei Pickpacks. Ne, doch, ich mach mir gerade mal kurz drei Stück. Einfach nur, damit wir ein bisschen besser ausgestattet sind. Hm, denne nehm ich vielleicht auch noch mit. So. Hier, da hast auch noch einen, auf was du eine brauchst. So. Boah, geil. Boah, ich find das hier schon mega geil. Muss ich dir ehrlich zugeben, dass ich mich hier wirklich mega wohlfühle. Ich weiß gar nicht, kennst du, kennst du das, wenn du am Weizenfeld vorbeifährst, dass irgendwo im Auto und du denkst, boah, alter, wie lang das ist, wenn das riesen lang ist, weißt du, vielleicht nur 50 Meter breit, aber dafür, weiß Gott, wie lang. Dass, dass so viel Weizen ist, wie dein Auge reicht und sowas würde ich hier ganz gern bauen. Dass, wenn du hier vorne stehst, dass, wenn du hier vorne stehst und du die Wand da hinten gar nicht siehst vor lauter Weizen, das wär, oh, oh, das wär so geil. Alter, wär das geil, wir hätten nie wieder Brotprobleme. So. Ah, wär da schön. Schön. Hier oben reißen wir das ja, weiß wir auch noch gerade mal kurz ab. Dann ist immer noch die andere Frage, wohin damit den ganzen Cobblestone, ne? Ja. Sonst haben wir dann nachher, da müssen, oder wir machen halt noch ein Vorratslager, einen Vorratsraum mit Kisten, wo halt nur für Cobblestone ist. Aber den haben wir schon. Vorratslager für Cobblestone? Ja. Okay. Dann ist gut. So. Boah, geil. Ja, ich feier den Bunker hier schon extrem. Das ist hier. Hör. Ach, das warst du, okay. Achso, ich, achso, du machst das, ich hab gedacht, du besserst nur kurz den normalen Stein aus und löscht den Cobblestone und stehen. Okay. Huch. Oh, ich hab gedacht, andersrum. Nein. Also ich mach jetzt überall, äh, Klingstone. Oh, ja, 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 da mach noch mal ein Steuern hin. Die spielen das doch eh keine Rolle mehr. Und ich mach jetzt mal ganz, ganz kurz. Haben wir hier nicht noch, haben wir noch weißer Teppich? Achso, aber das müssen wir ja, wir wahrscheinlich alles fern, oder? Verdammte Axt. Haben wir noch Rotstein, die haben wir noch Mohn. Vielleicht kriegen wir aus dem Mohn, keine Ahnung. Rote Farbe, jai! Zack und zack. So, jetzt haben wir hier roter Teppich. Hüah! Hüah! Scheiße, ich sag... Ich sagst du erst mal ein bisschen teilen. So, so, so. So. Schön! Geil! Ja, gut langsam. Boah, das, 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 Alter, das sieht ja schon so geil aus. Was mich tatsächlich noch stört, ist, dass hier irgendwie, da kommt, da, da gehört irgendwie was hin. Aber was? Okay, unsere erste Cobblestone-Kiste ist voll. Ja, hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich gewundert. Hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich gewundert. Aber gerne noch, der zweite. Da passt es. Was auch geil wäre, ist, wenn jeder, wenn wir in unserem Bunker jeder seine eigene kleine Hütte baut. So wie oben die jährige Hütte, eben nur im Bunker. Oh, das wäre geil. Ich denke, dann haben wir endlich eine Verwendung für den ganzen Cobblestone. So. Hm. Obwohl wir könnten das dann eigentlich gerade stehen lassen, ehrlich gesagt. Nein, wir machen. So. Wenn du dann fertig bist, dann kannst du mir ein bisschen helfen, wenn du willst. Ja. Ja. auch habe ich habe ich noch nicht was denn was so was ist es sind warte alle schafer ausgebildet aber das ist ein einzelner du bist ein guter Bauer, so, scheiße alle drei Stück haben wir noch Weizen ich baue einfach kurz hier ab ich bin keine Weile mehr, wenn er halt kaputt macht so du willst du nicht wollen, was ist das? komm mal rein so, Schaft Nummer 1 zack zack du müsstest nur den kleinen Schaftchen doll geben, dass wir so freundlich äh, ja vielleicht noch das andere so, so, so so, 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 so so, so, so so, 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 so so, so, so so, so, entonces fehler wieder gut gemacht alter da tatsächlich da da ich bin ich gerade gewollt, ob man zwei Steine fliegt einfach mal hier so und aber wir bräuchten wenn dann hier hinten wirklich noch viel viel mehr Fackeln viel viel mehr Fackeln, Justin oder halt nochmal Glowstone dann kurz Fackeln holen ich denke das wäre echt kein Fehler so das war meine Pickaxed so wird das auch nochmal gebracht, das Schweinefleisch ich habe noch zwei Stück so, wir sind nämlich noch 22 im Ofen ja genau, das habe ich voll reingesteckt genau kann ich dir nehmen bloß in deine Kiste die alte meine Kiste kannst du dann vielleicht gleich noch ein paar Pickaxes machen, weil ich denke meine hält auch nicht mehr lange durch vielleicht nochmal drei, zwei, drei Stück am besten zwei weil meine macht jetzt auch langsam nicht mehr mit so ich sehe ja gar nichts verdammt weiß 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 So. Hier hinten fühle ich mich eigentlich echt unwohl. Zumal ich auch Spinnen hier hinten höre. Ja. So, ich habe jetzt Schackeln für dich. Perfekt. Perfekt. Krieg's einfach mal hinter dich. Ja. Danke. So. Schön. Zack. Zack. So. 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 So.